Eine gute Story, Splatter, Sarkasmus und eine Portion Humor, die einen den ein oder anderen Lacher abbringen kann. All das findet ihr in diesem Film und damit herzlich willkommen zu meiner spoilerfreien Filmkritik zu Zombieland, den zweiten Teil doppelt hält besser. Wir haben hier eine klassische Horrorkomödie, was mir besonders gut gefallen hat, ist einmal mehr der Stil, der Zombieland im ersten Teil schon ausgezeichnet hat. Das haben wir auch im zweiten Teil wieder. Wir haben hier ein mega lustiges verspieltes Design mit den Schriften, die werden eingeblendet, dann läuft da oder fällt da ein Zombie durch oder eine Patronenhülse, räumt die Buchstaben ab. Das sind so die kleinen lustigen Details. Auch die Schriften, ohne irgendwas vorwegzunehmen, sind situationsabhängig. Auch immer so ein bisschen mit, naja, ich sag mal kleinen Animationen versehen. Wenn es um Toilette geht, dann ist da auch mal ein pullernder Buchstabe bei. Das sind einfach so lustige, stilistische Dinge, die Zombieland ja im ersten Teil schon ausgemacht haben und hier im zweiten Teil eine klare Weiterentwicklung dieses Stilmittels darstellen. Zu den Stärken von Zombieland im zweiten Teil zählen einmal mehr die starken, gut geschriebenen Charaktere. Besonders ein Neuzugang ist hier zu erwähnen. Wenn ihr den Film seht, ihr werdet sofort wissen, wen ich meine. Dieser Charakter ist einfach nur unglaublich unterhaltsam und lustig umgesetzt. Also ich hatte viel Spaß mit diesem Charakter, muss ich ganz klar dazu sagen. Und die Dialoge sind grandios, sehr schön sarkastisch mit teils bösem Humor und Doppeldeutigkeiten und zwischen den Zeilen umgesetzt und geschrieben. Also das ist wirklich ganz großes Kino, welches einfach Spaß macht, dem Ganzen beizuwohnen. Weniger gut gefallen hat mir tatsächlich ein bisschen die Gewaltdarstellung. Die geht teilweise so einen Schritt zu weit, würde ich mal fast sagen. Das hat dann schon so ein leichtes Walking Dead Niveau, was hier erreicht wird. Und gerade der Anfang ist auch, was das betrifft, sehr stark dahingehend orientiert. Was ich, ja, ich möchte es nicht als harten Kritikpunkt nennen, aber ich fürchte damit, wird der Film für eine Zielgruppe untauglich, der das halt ein bisschen zu heftig ist. Wobei der Film abseits dieser, ja, ich sage mal Gewaltdarstellungsausrutscher, wirklich für ein sehr breites Publikum tauglich und unterhaltsam ist. Sodass es schade ist, wenn man diesem Film aufgrund dieser etwas hohen Gewaltdarstellung dann keine Chance gibt. Zur technischen Seite sei gesagt, ich habe Zombieland Doppeltheldbesser über Netflix gesehen. Dort liegt der Film im 21 zu neuen Bildformat vor. Die Bildqualität ist schwankend. Gerade die hellen Tagaufnahmen sind wirklich gut. Entsprechend auch einer guten Streamingqualität. Aber insbesondere die Aufnahmen unter Kunstlicht oder nachts, die durchgeführt wurden, die haben teilweise ein sehr grenzwertig starkes Bildrauschen. Sodass die Bildqualität hier wirklich, ja, eigentlich schon ins Unterdurchschnittliche abrutscht. Was halt wirklich auffällt. Von der tonalen Seite sei gesagt, wir haben hier eine gute Dynamik. Die Dynamiksprünge funktionieren. Der Ton ist auch sehr räumlich. Insgesamt aber recht zurückhaltend. Spielt sich somit aber auch nicht irgendwo störend in den Vordergrund. Und als Fazit bleibt für mich festzuhalten, mit Zombieland Doppeltheldbesser bekommen wir gut 90 Minuten Urlaub in Zombieland. So sage ich es immer. Für mich ist es so ein bisschen ein Zeitkapselfilm. Man fängt ihn an, wie auch schon den ersten Teil. Man hört irgendwann auf und dann fragt man sich, welchen Tag haben wir? Wo bin ich überhaupt? So nach dem Motto. Weil man wirklich die Zeit, die der Film gedauert hat, wirklich in diesem Film komplett abgetaucht hat. Was gerade aufgrund der guten stilistischen Umsetzung und der gut geschriebenen Dialoge wirklich eine grandiose Atmosphäre schafft. Die einen wirklich aus dem Alltag entfliehen lässt. Von mir bekommt der zweite Teil von Zombieland vier Sterne. Da er wirklich Spaß macht. Das Setting nach wie vor in meinen Augen unverbraucht rüberkommt. Und man sich hier ausreichend weiterentwickelt hat in Bezug zum ersten Teil. Also der zweite Teil, der geht wirklich einen Schritt weiter. Das ist keine Wiederholung, sondern wirklich eine Weiterentwicklung vom ersten Teil. Alles was diesen ausmacht und diesen stark gemacht hat, das sehen wir im zweiten Teil wirklich nochmal eine Spur optimierter.